Ja. Und ja, hier unten ist so meine öffentliche Ecke. Den Ikea, den kennt ihr ja schon. So halbwegs. Jetzt ist er fertig. Ich möchte jetzt noch durch das Kleinkinderpatch Hochstühle in die Restaurantabteilung stellen. Zu dem Ikea habe ich nebenan auf dem leeren Platz einfach mal ein Parkhaus gebaut. Optisch sieht das einfach gut aus. Auch wenn ich im Moment alles nur dieselben Autos draufgestellt habe, das spielt jetzt keine Rolle. Da wollte ich eigentlich noch um der Schönheitswillen andere Autos runterladen und da noch draufsetzen, aber das habe ich noch nicht gemacht. So, hier wollte ich einen Einkaufsladen draufsetzen. Ich muss mal gucken, ob es da irgendwo... Oh Gott, ich bin müde. Ob es da irgendwo einen CC gibt zum, bei denen ich Aldi, Lidl, Rewe, Edeka, wie sie alle heißen, muss ich mal schauen. Ich glaube auf Ressourcen, Sims, keine Ahnung, wie die Seite heißt, da wollte ich mir auch noch, wenn ich mal voll die Langeweile habe, ein paar Lebensmittel und Drogerieabteilung, wollte ich mir da runterladen. Ja, es gibt so Nivea-Produkte und Shampoo und... Wie heißt es? Waschmittel für die Waschmaschine. Die gibt es auf jeden Fall, das weiß ich. Und ja, das wollte ich dann da verkaufen. Hier habe ich so eine kleine... Ja, die heißt noch Community Mall. Da hatte ich zuerst Daniels hingestellt, die war mir aber viel zu mächtig. Die war so hoch, da habe ich jetzt eine eigene hingebaut. Habe ich aber halt noch nicht umbenannt. Ja, da sind so ein paar Läden schon drin, da muss ich aber auch noch... Ich glaube... Ich weiß es gar nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Ich glaube fünf Läden sind noch zu bestücken. Ja, hier habe ich Daniels McDonalds geklaut. Der ist aber von innen noch leer, weil ich habe Gaumenfreude ja nicht. Der hat ja, glaube ich, ganz viele Artikel aus Gaumenfreude benutzt und da... Ja... Ist so ziemlich aus... weg. Das in dem Gebäude. So, ja, wo will ich denn anfangen mit euch? Also ich zeige euch jetzt gleich mal alle Gebäude. Das brauche ich euch nicht unbedingt zu zeigen. Ich klicke gleich auf den Ikea, dann kann man nebenan mal so ein bisschen ranzoomen. Das funktioniert. Ja, ich zeige euch alle Gebäude. Hier ist noch was frei übrigens, da muss ich mal gucken, was da noch hinkommt. Und dann will ich euch so ein bisschen das Gameplay zeigen zu den Kleinkindern und ja, dann mache ich um 22 Uhr heute auch schon Schluss. Weil... Ich guck den Dschungel... Dschungelcamp. So, wir starten mit dem Ikea-Baumodus. Da ergänze ich jetzt gleich in der Restaurantabteilung die Baby-Hochstühle. Zu dem Kleinkinder-Patch haben wir auch noch ein bisschen Türen, Lampen, Tapeten und Teppiche bekommen. Und ich finde das auch so eigentlich ganz süß gemacht. So, die Kinder haben die richtige Bewegung. Da ist alles soweit stimmig. Oh Gott, warum bin ich so müde? Weil ich gerade eingeschlafen bin, während ich mein Kind zu Bett gebracht habe, bin ich mit ihm eingeschlafen. So. So, das von außen. Ja. Ich zeige euch mal eben hier, so weit ich da rankomme, das Parkhaus. Also nicht wundern, ich habe da alles dieselben Autos momentan drin stehen, nur umgefärbt. Da ist ein Aufzug und hier in der ersten und zweiten ist auch ein Treppenhaus. Kommt man dann halt auch so hoch. Ich habe mir gedacht, hier fährt man rein, dann kommt man hier so hoch. Dann sieht man ja, wenn man hier vorbeifährt, so eventuell ist es schon voll, dann kann man hier so hochfahren, hier parken und dann hier wieder runterfahren. Das zum Parkhaus. Und ja. Das ist nochmal mein Ikea, so von außen. Der Ikea hatte tatsächlich mal Eiswürfellampen gehabt und dann habe ich einen Eiswürfel aus dem Debug vergrößert und hingestellt und eine Lampe drunter und ja. Ah, das sieht auch irgendwie cool aus. Gut, dann gehen wir mal rein. In der Hotdog-Ecke hat sich, glaube ich, nichts verändert. So, wenn man hier reinkommt, hat man neben der Information jetzt auch direkt so eine kleine Aufstellungszimmer. Dann kann man hier hochgehen und sich beim Hochgehen Taschen aus diesem Behälter nehmen. Und nein, ich habe die Idee nicht von Daniel geklaut. Mein Ikea ist schon seit, boah, zwei Wochen, glaube ich, fertig. Ich weiß nicht, wann ich es euch das letzte Mal gezeigt habe, aber kommt ungefähr hin, glaube ich. So, hier wäre jetzt der Aufzug, ne? Da können wir uns auch nochmal reinstellen. Der ist im Moment halt oben. Zack. Erste Etage. So, dann gehe ich nochmal mit euch jetzt zuerst in das Bistro. Also, hier hat sich in dem Sinne was geändert. Ich habe den Ikea jetzt mittlerweile auf höchste Raumhöhe gestellt. Und habe hier Bäume reingestellt. Fand ich irgendwie ganz cool. Einmal da und einmal hier im Buffet drin, ne? Und ja, leider funktioniert das Buffet nicht. Wenn man jetzt in den Live-Modus gehen würde, wäre alles schimmelisch schlecht. Aber für Deko-Zwecke und im Let's-Show habe ich euch denn jetzt bestückt. Und ja, wenn man dann was, was ich für ein Patch hat, dann kann man da, glaube ich, irgendwelche Theken hinstellen. Hier habe ich jetzt eine kleine Küche gemacht, ne? Hier nehmen sie es theoretisch, das dreckige Geschirr und waschen es. Und hier ist eine kleine Kochstelle. Zwei Köche haben hier Platz. Aufenthaltsraum. Mit mehreren solchen Statistikwänden, wie viel irgendjemand was gekauft hat. Ihr Motto haben sie an der Wand stehen. Das kannst du dir nochmal durchlesen, bevor du rausgehst und deinen Job erledigst. Ja, die Mitarbeiter-Toiletten, der Mitarbeiter-Spint-Raum. Hier nochmal, ähm, ja, die Behinderten-Toilette oder Kinder-Toilette mit Kinder-Wickel-Raum. Frauen-Toiletten, Männer-Toiletten. Und ja, jetzt müssen wir mal eben kurz schauen. Hier haben wir die Kinderabteilung. Wo könnte man denn hier Hochstühle hinstellen? Vielleicht einfach so einen Tisch oder so? Eigentlich müsste man die ja da hinstellen, wo jetzt der Servierwagen so steht, ne? Oh, ich hab Move-Objects noch nicht an. Ah, ich hab Move-Objects noch nicht an. BB.Move-Objects-On. Damit ihr die Sachen frei bewegen könnt und jetzt hier so in die Ecke klatschen könnt. So, und dann gehen wir mal, äh, boah, wo finde ich das? Hier. Wir haben einmal so normale Holz. Ich glaub drei, drei Dinger gab's. Hier so weiße, ne? Die sehen so nach Ikea aus. Kann man die eventuell auch irgendwie stapeln, dass es gut aussieht? Ich glaub nicht, ne? Hm. Ich glaube, es würde auch arch blinken. Oder? Na, geht. Dann lassen wir die zwei mal so ineinander und, äh, den klatschen wir mal hier so mit am Tisch. Ihr habt ein Kind mitgegessen? Ja. So, als Andeutung, drei Stück ist okay, ne? Gut. Ja, Restaurantabteilung. Da könntet ihr theoretisch runter in den Ausstellungsraum, aber ich gehe jetzt mit euch erstmal durch die Kinderabteilung. Man könnte jetzt quasi noch aus diesem Kleinkinderpack irgendwie was hier hin. Aber ich wüsste nicht, was ein Töpfchen gibt es. Hier so ein Töpfchen zum Pipi machen. Es gibt hier so Autobetten. Hier Cars, Lightning McQueen. Ganz normale Betten. So ein Eckschrank. Tja. Ich mach das mal weg. Ja, hier unsere Ikea-Family-Ecke. Wer kennt sie nicht? Hier gibt es allerhand Gratsch. Und auch nochmal die Taschen, falls man die gerade eben an der Treppe vergessen hat. Und ja, hier im Kinderbereich habe ich nochmal so Wühltische gemacht. Normalerweise hatte ich vor, die Stofftiere bis hier oben hin zu füllen. Ja, immer mit neun einfach hochzusetzen. Aber ich habe gemerkt, dass man meinen Rechner immer länger braucht zum Laden und so. Und ja, es hat geruckelt. Da habe ich es sein lassen, weil ich will den Ikea besser nicht überlassen, sonst kann ich es irgendwann nicht mehr öffnen. Und das hat ja dann auch keinen Sinn. Hier habe ich so eine kleine Kinderküche hingestellt. Und dann sieht das so aus, als ob das auch Kinderartikel wären. Was ja eigentlich in die normale Küche gehört. Aber so sieht das auch ganz gut aus. Also hier sind überall die Wände zugehangen. Mit erst mal Gardinen oder auch so Hängezeugs. Ja, und dann geht es hier runter. Normal für die Leute, die nicht im Rollstuhl sind oder Kinderwagen dabei haben. In die Ausstellungsräume. Boah. Und immer geratig raus. Ich muss mal so leicht schräg von oben filmen. Ja, neben den Ausstellungsräumen, wir haben hier nicht so viel Platz, habe ich halt immer den Gang zwei Vierecke groß gelassen. So. Und dann daneben an die ganzen Möbel oder auch Kleinteile präsentiert. Hier können die sich dann so Sachen rausnehmen, ne, aus der Küchenabteilung. Hier ist nochmal ein kleines Ausstellungszimmer, Wohnzimmer. Hier ist der Aufzug von gerade eben aus dem Bistro, wo man dann runterkommt, ne. Der ist auch unten. Ja, hier weiter Küchenartikel zum Kaufen. Küche. Oh, schaut mal einer, guck! Die Hängeschränke, sie wurden gefixt, vielleicht auch von dem Update. Sie sind jetzt hell. Das ist ja geil. Oh, geil. Endlich funktioniert's. Ja. Hier an den Seiten habe ich die ganzen Tische einfach so ausgestellt. Hier nochmal ein Schreibtisch. Da ist auch alles normal jetzt. Hier bei der Küchenplanung habe ich noch ein paar Hocker aufgehangen. Ein bisschen Blumen, ein bisschen Blumendeko. Das Büro. Ja, Büro gibt's eigentlich nicht viel zu zeigen, ne. So ein paar Schreibtische reingeklatscht. Badabteilung hat sich, glaube ich, nicht viel geändert. Hier ist jetzt so ein kleiner Ankleide, ähm, Flur, Dielen-Bereich. Das ist ein kleines Jugendzimmer oder so geworden. Von einem Mädchen. Von einem Mädchen. Oh. Bürowand. Bürowand nochmal, weil sie so schön war. Ne, also das ist ein kleines Jugendzimmer. Da hat so einen kleinen schmalen Schreibtisch. Den habe ich in die Wand rein, weil hier ist ja, ne, ein Schrank. Dann fällt das nicht so auf. Ja, die Spielecke nochmal, wo man nochmal schauen kann, ob das Kind im Smallland noch lebt oder ob es verprügelt wird von einem fetteren Kind. Ja, dann habe ich hier die Pflanzenabteilung optisch etwas vergrößert, indem ich Spiegel hintergehangen habe. Oh, da war ich wieder in der Wand drin. Noch so ein paar Zeitschriften zu pflanzen, auf dem Tisch gelegt. Ja, nicht zu vergessen, das Schlafzimmer noch. Ja, und dann sind wir hier auch schon in der Bildergalerie. Und zum Schluss zu den Bildern auch noch die Kerzen, die blöderweise alle an sind. Aber irgendwie kann man die ja auch ausschalten, ne. Wenn ein Sim hier leben würde, dann kann man die ausschalten. So, hier nochmal die Taschen zum Abgeben an den Kassen, ne. Das ist unser Kassenbereich, wo ich ein paar Pflaster noch eingeräumt habe. Und das ist jetzt unser Lager. Ja, ich hoffe... Ja, okay, sie blinken immer noch so ein bisschen, aber ich habe versucht, das halt ein bisschen zu kaschieren, wenn man von oben guckt, mit den ganzen Kartons. Teilweise habe ich hier auch Möbel und andere Kisten drinne. Na, hier sind auch noch Möbel oben drin. Auf die Paletten habe ich jetzt noch nichts gestellt. Die haben einfach die Kisten von den Paletten geräumt. Und unsere Fundgrube. Ja, das war er, glaube ich, soweit. Ich habe euch alles gezeigt vom Ikea. Wir haben oben die Kinderstühle ergänzt. Und ja, hier mal die Draufsicht nochmal. Ziemlich großen Essbereich. Mit Toiletten, mit Mitarbeiterraum. Dann die Kinderabteilung oben. Wenn man dann runter geht. Wohnzimmer, Küche, Arbeitszimmer, Badezimmer. Nochmal so kleines Jugendzimmer mit Dielenabteilung. Schlafzimmer. Pflanzenbilderkärte. Und ja, Lager. Dann müssten wir eigentlich alles haben. Hier die Hotdogbuden. Der Hotdogbudenverkauf. Das Moorland. Und ich denke so von der Aufteilung her ist es mir ganz gut gelungen. Und ja, das war er. Mein Ikea, der ist somit abgeschlossen. Ich hoffe, er gefällt euch. Und ja, dann können wir jetzt mal weiter zur City Arcade rüber gehen. Dafür müssen wir allerdings... Ich speichere das mal. Weil wir die Stühle verändert haben. Und dann gehen wir... Ich weiß nicht, kann man da auch so jetzt rüber gehen? Ne, ne. Ich bin ja mit keinem Sim unterwegs. Also müssen wir wahrscheinlich jetzt unter Welten verwalten und das nächste Gebäude anklicken. Seht ihr, wie lange das dauert? Wir haben ja jetzt eigentlich nicht viel gemacht, aber der Ikea braucht mega lange, weil ich so viel Zeugs da reingeklatscht habe. Und wenn jetzt noch einer sagt bei YouTube in den Kommentaren, da ist zu wenig und zu lieblos, dann weiß ich auch nicht. Ich hoffe, er kackt nicht ab. Dauert mir gerade sehr lang. So. Also, vielleicht zeige ich es euch noch mal. Ja, ne. Bei Nacht haben wir, glaube ich, gerade gesehen. Morgens, früh. Tag. So, und dann gehen wir jetzt mal darüber. Welten verwalten. Und dann gehen wir als nächstes in die Shopping Mall. City Arcade, wie auch immer. Einkaufscenter. Vielleicht habt ihr da ja noch ein paar Ideen. Ich will auf jeden Fall noch einen Drogeriemarkt reinbauen. Und, oh, ich habe hier Gummibärchen liegen. Aber wenn ich die jetzt esse, schmatze ich euch zu sehr. So. Warum haben wir jetzt hier wieder Nacht? Ich wollte Mittag haben. So, den McDonald's zeige ich euch jetzt noch nicht von innen. Da ist noch nichts drin. Da kann ich euch nur mal kurz zeigen, wie ich das von außen gemacht habe. Also, da fahren die jetzt rein in den Drive-In. Ich weiß gar nicht. Ich war noch nie in einem Drive-In. Ich weiß gar nicht, ob das so aussieht. Man spricht hier in so ein Mikrofon rein. Dann machen die hier, glaube ich, nehmen die das Geld. Und hier kriegst du das Essen. Und dann fahren die da wieder raus. Ich glaube, so ist das, ne? Gut, ähm, ja. Wir sind aber jetzt hier, um die, ähm, das Einkaufscenter von außen und von innen zu gucken. Äh, man kommt hinten rein und man kommt auch vorne rein. In dem Fall ist das jetzt hier hinten und das ist vorne. Und ja, ich... Ihr könnt hier schon sehen, hier habe ich ein, äh... Kleider... Eine Kleiderboutique reingemacht. Hier gibt's Schuhe. Ist alles noch nicht fertig, ne? Also, ähm, kommt noch viel mehr rein. Hier seht ihr jetzt gerade nur schemenhaft, dass ich ein paar Schuhe auf den Boden gestellt habe. Ist noch nicht fertig, ne? Wie gesagt, da fehlen auch noch Läden drin. Hier gibt's Bücher. Finde ich voll süß hier, das... Und ja, da gehen wir jetzt mal rein, glaube ich. Obwohl, von außen kann ich euch noch hier die Ecke zeigen. Hier habe ich das, äh, CC Starbucks runtergeladen. Das lacht mich gerade hier so an. Das habe ich aus, äh, Serialzimmer at Tambor. Könnt ihr gerade eingeblendet sehen. Ja, daher habe ich das Starbucks und, äh, das da oben ist ein Eiskaffee. Das ist, glaube ich, von hier das hier. Simple Studio, was? Ne, äh, Ome... omeisims.tambor.com Das ist davon. Ja, die beiden Sachen habe ich hier hin. Dann, äh, ist da sowas wie ein Saturn oder so. Und hier ist noch ein kleiner Blumenladen. Ja, so, jetzt gehen wir rein. Alles noch nicht fertig, ne? Alles noch nicht fertig. Hier, äh, der ist ja normalerweise geklaut, ne? Der ist auf so einen Karren. Deswegen habe ich den hier so eingefärcht zwischen zwei Automaten. Aber ich weiß noch nicht, ob das so bleibt. Mit einer Halbwand ging es leider nicht, dass ich das retuschieren kann. Weil so ein, ähm... So ein Automat ist ja schon cool in der City-Arkade. Hier kann man nochmal Eis holen bei so einem fahrenden Händler. Der gehört aber zu der Kette da oben. Ja, hier filme ich euch mal so rein. Starbucks. Oh, mh, was nehme ich denn? Ein Latte Macchiato für 2,15 Euro, bitte. Grande. Das ist der Starbucks. Hier, das sollen die Rolltreppen darstellen. Da wollte ich noch jede Menge CC runterladen, weil es gibt ja so viele unterschiedliche Bücher. Und dann will ich die ganzen Regale hier zuklatschen mit Büchern. Ich habe festgestellt, die Dinger, die man aus dem Debug rausholt, äh, die fangen die an zu lesen und dann verschwinden die. Ja. Postkarten kann man hier auch kaufen. Das ist so der Bücherladen. Dann hier der Schuhladen. Da will ich, ähm, sowas Spray-artiges reinstellen. Ne, als, ähm, Schuhdeo oder... Schuhspray für Leder. Und hier kann man sich hinsetzen, die Schuhe anprobieren. Und, ja, das ist die kleine Boutique. Da habe ich einfach nur die Hängekleidung und diese Dinger in den Schrank reingeräumt. Und das sind die Umkleidekabinen. Da, kann man von oben gucken. Jo, da können sie die Sachen wieder aufhängen, wenn sie die nicht gep-, wenn die nicht gepasst haben. Genau. Und hier nochmal der Blumenladen. Da war sie gerade, äh, einen Strauß am zusammenbasteln, ne. Deswegen liegen die Rosen da noch. Ja, ich habe leider keine Hängepflanzen. Ich weiß nicht, zu was für einem Paket die gehören. Ob zu Gaumenfreude oder, ähm, wie heißt das andere tolle Gärten oder was? Keine Ahnung. Da gibt es dann noch mehr Pflanzen. Ich habe jetzt halt nur die zur Verfügung gehabt. Dann hier so ein Elektrogeschäft mit Küchenartikeln, äh, Stereoanlagen, Fernsehen und Computer. Jo, da nochmal der Starbucks und dann gehen wir mal nach oben. Da haben wir halt das kleine Eiskaffee, wo man halt da draußen sitzen kann und hier drinnen. Sieht so richtig lecker aus. Hier auch so Zapfsäulen. Einmal zum Selberbedienen. Einmal hier. Auch nochmal Plakate. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Dunkin' Donut angedeutet hier, ne. Habe ich so das Gefühl. Weil, äh, hier ist auch so ein Plakat, dass es hier Donuts gibt. Oh, Donuts. Oh. Mittlerweile liebe ich die ja, aber vorher habe ich sie nicht so, nicht so toll gefunden. Ja, und gegenüber ist dann noch ein unfertiger Spielzeugladensolder rein. Und, ja. Dann wollte ich irgendwo noch eine Drogerie reinbasteln. Und dann wären nur noch drei Läden übrig. Fällt mir gerade so auf. Keine fünf. Also, Drogerie wird einer und dann haben wir noch drei Stück, die ich bestücken kann. Wenn euch irgendetwas einfällt, dann schreibt das doch in die Kommentare, wenn ich das hier auf YouTube hochladen sollte. Ja, Platz für Toiletten war nicht mehr so wirklich, deswegen habe ich die aus dem Debug hier hingestellt, die öffentlichen Toiletten. Ich hoffe, das ist okay so. Ja, das war mein Shopping Center, wo dann gegenüber halt noch irgendwie so ein Lidl-Aldi, hast du nicht gesehen, hinkommt. Gut. Da haben wir jetzt, glaube ich, nichts verändert. Also gehe ich mal in Welten verwalten und wir schauen uns einfach das nächste Häuschen an. So, ja, das kennt ihr ja bereits. Das brauche ich euch noch nicht mehr zu zeigen. Das müssen wir noch stark umstrukturieren. Das gefällt mir auch so noch nicht. Gehen wir mal in das Häuschen von Heiko und Mosko. Wie gesagt, die Menschen, die gibt es alle wirklich. Ich habe die nachgebastelt. Aus der Realität. Und ja, das ist jetzt ein kleiner Nachbar, also Ort, von wo wir wohnen. Wir wohnen ja irgendwo da hinten, da hoch. Also, ne, in die Richtung da. Und ja, hier ist so eine kleine andere Nachbarschaft, wo es halt auch diesen Park hier gibt. Den kann ich ja mal eben kurz so überfliegen. Da kann man schwimmen, da kann man voll im Sand spielen. Eine Grillecke. Und ja, da drin ist noch so ein kleiner Indoor-Spielplatz für kleinere Kinder. Hier wohnen halt meine Tante, meine Freundin Mareike mit ihrem Mann und meine Freundin Magda mit ihrer Tochter. Jo. Und jetzt zeige ich euch die Häuser noch im Einzelnen. hoch. Brauche ich ja gar nicht anklicken, wir sind ja schon auf dem... Die sind jetzt von innen noch sehr spärlich bestückt, ne, also weil, ähm, ich hatte einfach nur Bock, die Gebäude zu bauen und die einfach einziehen zu lassen, damit die auf der Map sind, damit die meine Sims vielleicht mal besuchen und man Kontakte knüpfen kann. Aber bisher ist noch keiner vorbeigekommen. Gut. Also, meine Tante hat sich ein altes, rustikales Haus gewünscht. Hier muss ich noch so eine kleine Garderobe machen. Hier, äh, wollte ich vielleicht, ähm, weiß ich nicht, einen Flügel oder sowas reinstellen, wenn ich das haben sollte. Ich meine ja... Ähm, ja, das ist das Wohnzimmer. Mit alten, rustikalen Möbeln, Eiche-Rustikal. Hier so ein bisschen griechisch, ne, weil Moskau ist ja Griechen, ein Grieche. Ach, hei Beppo, der Beppo ist da. Genau, dann hier eine voll alte Küche mit Holzofen noch, Kühlschrank, wo man reingucken kann. Und hier haben die ein kleines Bad mit einer freistehenden Badewanne, habe ich mir gedacht, das ist auch so richtig alt. Holz-Toilettensitz. Ich finde die Teile toll, weil du hast einen warmen Arsch da drauf, also so negativ ist das gar nicht. Ja, die Treppe, die führt dann hier hoch in ein riesiges, die haben ja keine Kinder mehr, deswegen, die brauchen kein Kinderzimmer oder so, in ein riesiges Schlaf-Ankleidezimmer. Hier meine Tante, ihren ganzen Schnickschnack. Da hat sie so eine kleine Blumenecke und ja, hier noch für Moskau, damit er abends Fernsehen gucken kann beim Einschlafen oder was. Schreibtisch. Genau, das ist das Reet-Dachhaus für meine Tante. Ich habe ein Fundament gebaut und das Fundament dann hier die Terrasse mit Steinen umbaut, damit man das nicht mehr so optisch so sieht, damit das einfach schöner ist. Ich habe ein paar Pflanzen noch reingesetzt mit dem Höhenverstellt-Sheet und habe den so kleinen süßen natürlichen Teich hier angelegt. Ja, das ist das Haus von Heiko und Moskau. Könnt ihr ja mal schreiben, wie es euch gefällt. Dann gehen wir jetzt weiter in die Nachbarschaft zu Mareike und Heiko. Ich hoffe ja, dass es irgendwann noch ein Haustier-Patch gibt. Gibst du eine Anleitung für Einbrecher, damit sie wissen, wo sie rein können und wo alles ist? Ja, genau. Ja, ich mache jetzt so ein kleines Let's-Show. Das wurde sich auf YouTube gewünscht. Und ja, da könnt ihr mal sehen, was ich alles so gebaut habe. Dein Haus kommt gleich auch noch. Ich habe bisher nur den Ikea und die City Arcade gezeigt und jetzt gerade Heiko und Moskau zu Hause. Jetzt kommt Mareike und Heiko. So, mein Gott. Also, da war geplant, einmal ein altes Haus herzunehmen. Das ist diese Seite hier. Und dort einen neuen Anbau dran zu setzen. Und da meine Freundin Mareike so eine passionierte Schwimmerin ist, habe ich mir gedacht, wir machen hier so einen Schwimmerbereich, den man zumachen kann. Also, die Fenster, die sollen dann so runterfahren per Elektrik und dann ist zumindest dieser Bereich hier zu. Ja, dann könnte sie hier im drinnen-Bereich schwimmen und hier im draußen-Bereich. Wie? Nee, lieber nicht. Euch nicht zeigen gleich, oder was? So. Hier, äh, ein bisschen begrünt. Hier oben hat die auch ihr Büro drinnen, weil sie ist selbstständig irgendwie Lektorin, irgendwas mit Büchern. Ich habe da noch nicht so ganz durchgestiegen, was sie macht. Tuch. Und ja, das ist jetzt auch wieder nur spärlich, ne? Das Wichtigste habe ich so reingeklatscht mit etwas Liebe. Hier so, sie steht wahnsinnig auf lila. Dann habe ich schon mal das Wichtigste so in lila und schwarz hier reingestellt. Schlafzimmer. Durchs Schlafzimmer geht es dann auch raus in den Garten. Oder halt, äh, hier, ne? Durch die Tür, dann sind sie hinten bei den Mülltonnen und können da lang. Badezimmer. Durchs Badezimmer geht es raus in den Poolbereich. Und ja, wenn man jetzt hier die Treppen hoch geht, geht es halt oben in ihren Arbeitsbereich. Da hat sie eine große Terrasse auch zum Entspannen. Hier liest sie dann irgendwelche Bücher, habe ich mir gedacht. Und hier, da fehlt noch der PC, fällt mir gerade so auf. Naja, den setze ich später mal. Den setze ich später mal rein. Doch, doch, ihr werdet noch gezeigt, da kommst du nicht drum rum. Kannst ja weg, kannst ja wegklicken aus dem Stream, da musst du es nicht sehen. Die Namen sind auch verfälscht, ja, also eure Vornamen stimmen, den Nachnamen habe ich nicht den richtigen genommen, also da kann auch nichts passieren. Und nein, Leute, falls ihr denkt, ich habe die Häuser wirklich original nachgebaut. Dem ist nicht so. Der Beppo wohnt nicht in einem Haus. Nicht in diesem zumindest. Und jetzt die nächste, die Magda, wohnt auch nicht in so einem Haus. Hier habe ich mir mal gedacht, machen wir so einen, ja, norddeutsches oder fast schon schwedisches Haus. Also ich fand den Stil, den Stil findet man entweder in Schweden oder aber auch, wenn man an der Ostsee ist. Ne, ich habe hier diese, was sage ich, Spadrillen, glaube ich, ne? Ich habe den Ausdruck, glaube ich, vergessen. Ich meine Spadrillen. Die habe ich hier reingesetzt, damit das auch so schön alt rustikal wirkt. Dann hier diese hellblauen Schlagläden und so, auch total niedlich. einmal von vorn und einmal von hinten. Da wollte ich unbedingt einen kleinen Wintergarten machen. Der ist auch noch nicht so voll bestückt. Da könnten auch noch ein paar mehr Pflanzen rein. Ja. Werdet ihr jetzt auch von drinnen sehen, dass das Haus auch noch nicht fertig ist. Auch das von Beppo ist gleich noch nicht fertig. Da tut mir das Kind leid, wenn das fertig sein sollte und dann in so einem Kinderzimmer schlafen muss. So, der kleine Flur. Ja. Dann haben wir da so eine offene Tür. Direkt in den Essbereich. In die Küche. Ja, es wurde gefixt. Das ist so toll, dass das jetzt... Weil die sind ja wirklich weiß, die ich hier reingestellt habe, die Möbel. Und die waren jetzt bis vor kurzem noch total so ekliges, dunkles Grau. Jetzt ist es endlich weiß. Oh, ich freue mich, dass das mitgefixt wurde mit dem Kleinkinderpack. Ja, achso. Hier hinten haben sie noch ihre... Gästetoilette ist das, ne? Eigentlich. Mit so einem riesen Badewanne. Weil hier oben haben sie noch mal... Hier ist Flur, ne? Da können sie... Hier ist so ein kleiner Balkon vom Flur aus erreichbar. Und hier geht's in... Selinas Zimmer. Die hat den Zugang zum Bad. Dann kann sie hier... sich waschen. Und die Mama hat ebenfalls einen Zugang zum Bad. Und schläft hier. Die hat ihr Stofftier hier hingestellt. Keine Ahnung warum. Und ja, die Mama hat auch noch den kleinen Balkon raus. Zum Garten. Das ist Magda ihr Haus. Willakunterbund. So, Welten verwalten. Dann gehen wir mal direkt zu... Bippo's Haus. Was er sich teilt. Mit Casey. Das ist das hier. Hier, kann ich auch noch mal zeigen. Tada! Casey. Johanna. Bippo. Sophia. Ja, das ist so ein kleines... Ja, Doppelhaus kann man eigentlich auch nicht sagen. Sondern eher ein Haus mit Einliegerwohnung, würde ich sagen. Das ist jetzt die Nachbarschaft, in der auch ich wohne. Das Haus ist wie gesagt noch zu haben. Da wollte ich eine Großfamilie reinbasteln. Und ja. Hier das Haus von vorne. Nicht wundern, ich habe immer wirklich dieselben Autos genommen, weil ich habe noch nicht mehr runtergeladen und ja. Wenn man die Farbe wechselt, geht es eigentlich. Ja, alles was jetzt so braun ist, das ist so Cases Bereich. Und alles das, was weiß ist, ist so Bippos Bereich. Und echt nicht wundern, also das Haus ist noch sehr leer, da muss ich als nächstes mal was machen. Das ist Cases kleiner Garten. Total süß. Casey steht auch so auf Lilla, ey. Alle Frauen, die ich so kenne, stehen auf Lilla. Mareike, Magda, Casey. Ich mag auch Lilla. Achso, hier ist so eine kleine Holzhütte. Werdet ihr gleich noch sehen, was es damit auf sich hat. Ja, der Bereich gehört eigentlich noch zu dem weißen Haus hier. Das ist das Badezimmer. Aber das sieht einfach besser aus, wenn das alles braun war. Und ja. Da gehen wir jetzt mal rein. So, zuerst zeige ich euch mal Cases Bereich. Die würde jetzt hier so reingehen. Dann mache ich mal die Gitterlinien aus. Casey hat alles noch so ein bisschen auf Alt. Wenn ihr bei ihr wirklich mal zu Hause gewesen seid, dann... Sie hat auch noch ziemlich viel so auf Alt, finde ich. Oder es ist einfach so in Belgien, dass sie da anders wohnen. Keine Ahnung. Ja, hier würde jetzt rausgehen, in den Garten. Zack. Hier hat sie ihr kleines Badezimmer. Kann sie also quasi duschen oder baden gehen, wie sie es möchte. Und hier Schlafzimmer. Da habe ich eigentlich einen Spiegel hingestellt. Wisst ihr, warum manchmal Gegenstände verschwinden? Das täte mich echt mal interessieren, ey. Das ist echt ärgerlich, wenn man Sachen baut, sich Mühe gibt mit Einrichten und dann Sachen verschwinden. So. Nächste Wohnung. Hier wohnt jetzt der Beppo mit seiner Familie. Wie gesagt, noch keine wirkliche Deko drin. Nur Möbel, das Wichtigste, was sie so fürs Leben brauchen. Weil ich muss jetzt echt das nächste Mal hier so in der Küche anfangen. Beppo ist ja so ein Küchenhengst, der kocht und backt für sein Leben gerne. Und ja, deswegen, die Küche ist deswegen noch sehr, sehr, sehr sporadisch. Ja, hier kommt man dann halt auch raus in den Außenbereich, ne? Wenn man dann hier so hoch geht, zack. Haben die hier so eine kleine Computerecke. Ich glaube, im wirklichen Leben habt ihr nur einen Laptop, ne? Ich weiß gar nicht, im PC habt ihr ja, glaube ich, nicht. Sonst könntest du ja Dead by Daylight spielen. So, hier ist die öffentliche Toilette quasi. Hier kann jeder drauf. für Gäste geeignet. Und ja, hier ist das halt, wie ich auch gerade schon erwähnt habe, auch ebenso spärliche Kinderzimmer. Also das Kind tut mir leid, da muss noch echt viel passieren. Und ebenso auch das Schlafzimmer. Die können pennen und sich umziehen, mehr noch nicht. und die haben ihr eigenes Bad und die haben ihren Balkon. Hier kann Beppo morgens früh rausgehen und yeah! Ich habe wundertoll geschlafen! So. Gut, dann gehen wir noch raus in den Garten. Ich wollte euch nicht den Keller zeigen, sondern zeigen, was es mit der Hütte auf sich hat. Und zwar Johanna ist eine ganz strange Person. Aber im positiven Sinne. Ich finde das echt mega toll. Die Magda, das Haus, was ich euch gerade gezeigt habe, die kann das auch. Und ich beneide jede Frau, die handwerklich begabt ist. Und die Johanna, die hat jetzt im wirklichen Leben einen kleinen Bastelkeller und hier hat sie jetzt so eine kleine Holzhütte draußen im Garten, wo die hier ihr ganzes Werkzeug und die kann hier hantieren. Hier haben sie einen Schlitten für den Winter. Die kann sich hier richtig auspowern. Die ist hier, Beppo ist da. Ja, seine Passion ist die Küche, das Kochen, das Backen. Das Backen hat er ja jetzt für sich entdeckt. Ja, das ist der ihr Häuschen. Ein Grill darf natürlich auch nicht fehlen. Genau, mein Häuschen kennt ihr ja soweit. Da kommen wir ganz zum Schluss rein, weil ich euch ja noch ganz kurz so das Gameplay zeigen wollte von dem Kleinkinderpatch. So, jetzt gehen wir da hinten in die Reihenhaussiedlung. Da wohnen nämlich meine Eltern und meine Schwester. So, dann zeige ich euch mal zuerst meine Eltern. Ja, meine Familie, die jetzt kommt, die sind ja, auch ein Volk für sich, sagen wir mal so. So, das ist das Haus meiner Eltern. Auch nicht wirklich Haus, ne, also, hier besitzt keiner irgendwie ein Haus. Ne, ich sollte so eine Reihenhaussiedlung sein, deswegen habe ich die beide auch gleich gemacht. Die haben eine Garage, das Garagentor hat hier wieder nicht funktioniert, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ähm, ja. so, was ich mit speziell meine, bei meinen Eltern wird es euch jetzt im Garten auffallen. Tü-dü. Das ist so eine kleine Gartenhütte da, da haben die ihre Mülltonnen drinnen stehen, damit die nicht einfach irgendwo draußen unschön rumstehen. Ja, mein Vater hasst Rasenmähen. Ja, der muss das, äh, musste das immer eine Zeit lang hier, äh, bei meiner Oma machen, weil die da nicht mehr so wirklich zu in der Lage war und der hasst es. Deswegen hat er nur Erde bekommen an seinem Haus, der muss nicht mehr Rasenmähen. Ja. Gut. Hier, Garage von innen, ne, die haben auch einen Schlitten, falls die Enkelkinder mal zu Besuch sind. Ja, das ist der Fleur, da habe ich noch gar keine Gadobe drin, das ist auch alles noch das Wichtigste. So, dann eine fette Stereoanlage darf nicht fehlen, mein Vater hat zu Hause so ein Ding, was man so aufstocken kann, ne. Das findet er besser, weil wenn eine Sache mal kaputt geht, kann er es einfach austauschen. Ja. Dann hier Essbereich, auch wenn die Enkelkinder da sind, haben wir da so zwei so Stühlchen. Küche, alte Küche. Hier die Gardinen, ne, die kamen auch mit dem Patch, mit dem Kleinkinderpatch, die sind total geil. Die muss ich jetzt überall aus, 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 tauschen, gegen die anderen ekligen Dinger, die es in Wirklichkeit gibt. So, kleiner Balkon, hier so Schlafzimmer angedeutet, ne, auch noch nichts tolles. Und hier Badezimmer, da habe ich mal so eine Powerdusche hier, ne, weil meine Eltern haben in Wirklichkeit so eine richtig geile Dusche. Die habe ich mal versucht damit darzustellen, indem ich hier eine Wand gezogen habe und da eine Dusche reingestellt habe. Das soll jetzt so eine, so eine fette Dusche darstellen, ne. Es funktioniert auch im Gameplay, ich habe es ausprobiert. So, das ist das Bad und dann können die hier quasi noch hoch, da haben die so ein kleines, für die Enkelkinder, weil sie haben ja hier in dem Spiel haben sie ja drei, in Wirklichkeit nur einen. Und ja, haben die hier so einen kleinen Bereich für die Kinder, falls sie mal da schlafen. Aber meine Eltern wollen ja in Wirklichkeit nicht, dass Christopher bei ihnen schläft. Oh mein Gott, das ist zu grauenvoll für uns, das halten wir nicht aus den ganzen Tag. Dabei ist Christopher total lieb, ne, aber meine Eltern, die haben einfach keinen Bock auf Kinder mehr. Aber, naja, sind ja auch schon 64, könnte man jetzt sagen, aber ich kenne auch Omas und Opas, die voll gerne mit ihren Enkelkindern irgendwas unternehmen. Ja, aber ich habe halt nur mal eine strange Familie und dazu gehört jetzt auch meine strange Schwester. Und falls sie das jemals zu sehen bekommt, dann bin ich Kleinholz. meine Schwester und ihr Freund, das sind so, die sind so, ähm, ja, wie sagt man, Technikfreaks? Nee, also die stehen so auf Computer, ne, die ganzen alten Sachen haben, die so C64, Amiga-Gedönse, dann haben sie alle möglichen Konsolen, die jemals rauskamen, ja, alle in so einem schönen Schrank so sortiert, äh, ja, mit allen möglichen Konsolen, demnach auch die neuesten, die haben sie auch, mehrere Fernseher und, ja, sie stehen auf Serien und Filme und, boah, das meine ich mit Technikfreaks. Die haben so ein Carport, ne, da stehen auch die Mülltonnen, so, dann haben sie hier Garderobe, eine kleine Trennwand, da geht's schon los, da ist die erste Zocker-Ecke hier am PC quasi die nächste, also hier können schon mal zwei zocken mit Bier und Pizza, dann haben, hab ich hier versucht darzustellen, die haben so ein, so eine fette Wand nur mit DVDs, CDs und sowas und, ähm, auch so, ähm, Merchandise-Figuren haben, die eigentlich so in ihren Schränken stehen, man könnte ja eigentlich diese komischen Figuren da nehmen, ne, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen und die könnte man alle da reinstellen. Auf jeden Fall, meine Schwester, die steht voll auf Simpsons, der hat so ein Regal von und, äh, mein Schwager, der steht voll auf Star Wars und da hat er auch so allen möglichen Scheiß im Schrank. Ja, hier ist der ihre Fernsehecke, ne, mit, äh, Premiere Sky, was auch immer, gucken sie sich alle Serien an. Äh, und ja, ja, das ist ihre Eigenart, ne, sie, die essen im Wohnzimmer und machen dann hier auch ihr Frühstück. Das haben die, die haben standardmäßig immer den Toaster im Wohnzimmer stehen. Ja, kleine, sporadische Küche, wo die eigentlich eh nicht drin essen. Und ja, dann geht's hier hoch. Ah, Hi, Bagheera, was geht? Du bist auch hier. So, dann, äh, hier, ne, auch hier die Ecke Badezimmer. Und, äh, weitere Eigenart meiner Schwester ist, äh, sie hat so ein Spleen, sie denkt, jeder beobachtet sie und, äh, deswegen hab ich ihr überall so vollfette Rollos hingemacht, wo sie immer schön zuziehen kann, dass sie auch keiner reinguckt, was sie für illegale Sachen macht. Nein. Und hier oben ist weiteres Zockerzimmer, ich weiß jetzt gar nicht, genau, so zeig ich euch das mal am besten. Oh, da geht das auch so, ne, das ist blöd mit dem Reinscrollen, Ja, geht. Also hier ist weiteres Zockerzimmer, hier können die so die Retro-Sachen spielen, hab ich mir gedacht. Äh, hier, das sieht so spacig aus, da könnte der, äh, Rolf seine Star-Wars-Sachen haben. Und, ja, das war so das Haus meiner Schwester. Hier könnt ihr nochmal die Villa angerissen sehen von hinten. Ja, wer das Haus sehen möchte, der geht auf Daniel von Simfans.de, das ist das Family Base House, da hab ich jetzt noch niemanden drin und das ist auch seine Einrichtung bislang, die da drin ist. Weiß ich auch noch nicht, ob ich die so lasse. Und, yay! Jetzt gehen wir mal zu unserem Haus und ich zeig euch noch kurz, ähm, das Gameplay.